Die Tachuklinie ist eine Schicht auf der Sonne, die sich zwischen der schnell rotierenden inneren Konvektionszone und der langsamer rotierenden äußeren Strahlungszone befindet. Die Konvektionszone rotiert unterschiedlich wie eine Flüssigkeit, wobei die zirkumpolaren Regionen langsam und die äquatoriale Region schnell rotieren. Sie befindet sich im äußeren Drittel der Sonnenstrahlung. Die Region unterliegt hohen Scherspannungen aufgrund der sich schnell ändernden Umsatzraten. Die Rotationsgeschwindigkeit in dieser Schicht ändert sich schnell, weshalb Wissenschaftler sie als Übergangszone bezeichnen. Die Forscher haben herausgefunden, dass die Tachuklinie eine wichtige Rolle in der Dynamik der Sonne spielt. Sie glauben, dass die Schicht eine Art Durchgang ist, durch den Materie aus der konvektiven Zone in die Strahlungszone und umgekehrt fließt. Dieser Materifluss trägt dazu bei, die Rotation der Sonne aufrecht zu erhalten und beeinflusst auch die Bildung von Sonnenflecken und den Sonnenwind. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Tachuklinie ist, dass sie eine plötzliche Änderung des Magnetfelds der Sonne darstellt. Im Gegensatz zur Strahlungszone, die ein starkes und ausgeprägtes Magnetfeld aufweist, ist das Magnetfeld in der Tachuklinie viel schwächer. Einige Wissenschaftler glauben, dass die Tachuklinie auch bei der Entstehung des Sonnenzyklus eine Rolle spielt, da sie als Ort für die Regeneration des Magnetfelds der Sonne und somit für die Entstehung eines großräumigen Magnetfelds verantwortlich sein könnte. Jüngste helioseismologische Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die Tachuklinie etwa 0,70 Sonnenradien vom Kern entfernt befindet, mit einer Tachuklinendicke von etwa 0,04 Sonnenradien. Die Tachuklinie ist für Wissenschaftler auch deshalb von großem Interesse, weil sie Informationen über die Dynamik anderer Sterne liefern kann. Einige Astronomen glauben, dass die Tachuklinie auch bei anderen Sternen als der Sonne eine ähnliche Bedeutung haben könnte und dass die Untersuchung der Tachuklinie zu einem besseren Verständnis der Sternentstehung und Entwicklung beitragen könnte. Allerdings ist die Tachuklinie auch eine schwer zugängliche Region, da sie sich tief im Inneren der Sonne befindet und daher schwer zu beobachten ist. Wissenschaftler haben versucht, die Tachuklinie mithilfe der Helioseismologie zu untersuchen, einer Technik, die die Schwingungen auf der Sonnenoberfläche analysiert, aber viele Fragen bleiben unbeantwortet.